Okay. Herzlich willkommen zum heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller, bin Webmaster Trans Analyst hier bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Sprechstunden, wo jeder dazukommen kann und Fragen stellen kann rund um die Websuche und ihre Website. Es sind schon einige Fragen eingereicht worden, direkt auf der YouTube-Seite, das ist immer sehr praktisch. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch gerade schon mal loslegen mit den ersten Fragen von euch. Falls jemand möchte. Wenn nicht, dann fange ich einfach mal an, was hier so oben erscheint. Im letzten Hangout hatten wir es von Googles Eingriff in die Descriptions. Ich hatte dir dazu ein E-Mail geschickt. Gibt es dazu News aus dem Team? Ich habe das mal an das Team weitergegeben. Also im Großen und Ganzen war da, glaube ich, so hauptsächlich die Frage, die Descriptions oder die Snippets, die gezeigt werden in den Suchergebnissen, sind nicht genau das, was in der Meta-Description angefügt war mit der Website. Und aus unserer Sicht ist das an und für sich normal. Das heißt, wir versuchen einerseits die Beschreibung oder den Vorschau, den wir da zeigen, an die Suche anzupassen. Und andererseits versuchen wir natürlich, die Inhalte ein bisschen von der Seite so zu präsentieren, dass sie relevant sein können für den Benutzer. Und dazu können wir manchmal die Inhalte direkt aus dem Description-Meta-Tag holen und das entsprechend so zeigen. Manchmal passt von der Länge her nicht, da müssen wir dann weiterschauen. Manchmal passt es einfach von der Relevanz nicht. Und da müssen wir dann entsprechend auch weiterschauen und dann zum Beispiel einen Teil vom Inhalt von der Seite dann direkt in den Vorschau entsprechend zu zeigen. Und das ist aus unserer Sicht, ist das eigentlich absichtlich so gemacht, weil oft ist es so, dass im Description immer das Gleiche dargestellt wird auf einer größeren Webseite oder dass im Description etwas sehr Allgemeines ist. Der Benutzer hat nach etwas sehr Speziellem gesucht. Und da möchten wir natürlich zeigen, weshalb ist diese Seite jetzt besonders relevant für den Benutzer und die quasi ins beste Licht stellen, damit der Benutzer dann auch entsprechend da seine Informationen findet oder relativ früh schon erkennen kann, das passt zu dem, was ich suche oder das passt weniger. Feedback über diese Snippets, über die Vorschau, die wir da zeigen, ist auf jeden Fall willkommen. Und ich habe das mal an das Team weitergegeben, damit sie das anschauen kann. Und ich denke, gerade in Sprachen, die jetzt nicht Englisch sind, ist das immer sehr praktisch, weil auf Englisch arbeiten natürlich viele dieser Teams direkt und die können das selber ein bisschen beurteilen, aber wenn Feedback auf Deutsch zum Beispiel kommt oder in anderen Sprachen, ist das immer ein bisschen etwas anderes, weil das ist ein bisschen außerhalb von dem, was sie selber vielleicht beurteilen würden. Aber ich habe das mal weitergegeben. Normalerweise habe ich da auch kein Feedback, das ich zurückgeben kann an dich, Marc, einfach, weil das eher so quasi Einweg-Feedback ist für das Team und sie verwenden das, um die Algorithmen ein bisschen zu verbessern, aber es ist nicht so, dass sie dann konkret sagen würden, ja, bei dieser Suche und bei diesem Snippet kann ich dir diesen Feedback konkret geben. Darf ich dazu kurz nochmal nachfragen? Ja. Und zwar, was mich ja am allermeisten irritiert, ist jetzt weniger die Tatsache, dass ihr relevanteren Content aus der Seite zieht und den in die Description packt, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Descriptions dann doch sehr zusammengestückelt sind. Also ich habe durchaus schon Teile der vorgegebenen Description gefunden, dann irgendwas aus dem Content, dann wieder was aus der vorgegebenen Description und dann wieder irgendwie so Punkte dazwischen und das sind keine zusammenhängenden Sätze und da fehlt dann ein Wort und also es liest sich teilweise echt, also quasi gar nicht. Ja, also ich dachte vielleicht, dass das auch so eine Qualitätsgeschichte, an der ihr ja auch immer arbeitet. Ja. Ja, eben solche Sachen sind sehr praktisch für das Team, weil das sind Sachen, die funktionieren vielleicht besser auf Englisch, als sie vielleicht auf Deutsch funktionieren und da ist es praktisch, wenn man gerade solche Beispiele dann auch hat und die entsprechend weitergeben kann. Okay, alles klar, danke. Super. Wir sind eine deutsche, zu einem Printmedium gehörende Website mit derzeit 11.000 Beiträgen rund um das Thema Reisen. Nach einer Seitenumstellung, die vor knapp drei Jahren erfolgte, begann unsere Besucherzahlen deutlich zu sinken. Was wir unter anderem taten, war ein Buchungstool, welches zuvor auf der rechten Seite seinen Platz hatte, dominant über die volle Breite der Seite direkt unter dem Logo zu platzieren, so dass es nun praktisch das erste Element ist, welches ins Auge sticht, wenn man die Seite besucht. Ich habe in einem vor... vergangenen Hangout gehört, wie du sagtest, dass Google verwirrt sein könnte, wenn es ihm nicht eindeutig gelingt, eine Seite einem bestimmten Genre zuzuordnen. Kann es sein, dass Google bei uns nun unsicher ist, wie es unsere Seite einordnen soll, da über allem dieses dominante Tool hängt, welches die Seite vielmehr wie ein Buchungsportal aussehen lässt, anstatt der redaktionellen Seite, die wir aber wirklich sind. Das ist durchaus möglich. Ich denke, grundsätzlich, wenn eine Umstellung, sag ich mal, vor mehreren Jahren stattgefunden hat und seitdem die Besucherzahlen ein bisschen runtergegangen sind, dann ist es schwierig zu sagen, ob das wegen dieser Umstellung ist, weil das ist schon eine längere Zeit und seit dieser, seit den letzten paar Jahren oder insgesamt, ist es natürlich immer so, dass es relativ große Änderungen im Google-Algorithmus gibt, sodass sich da die Suchergebnisse sowieso verändern würden. Das heißt, ganz lässt sich das nicht vergleichen, wie heute der Zustand ist und wie das vor drei Jahren war. Da hat sich einfach sehr viel eh schon verändert. Aber im Grunde genommen, wenn man jetzt ein größeres Element oberhalb einer Seite platziert, dann ist es für uns schon ein bisschen schwieriger zu erkennen, was jetzt das Hauptelement ist von dieser Seite. Und wenn das ein Buchungstool ist, welches einigermaßen da zusammenpasst, ist das schon mal eine Sache. Wenn das aber dann so aussieht wie vielleicht mal ein größerer Werbeblock, dann kann es schon sein, dass unsere Algorithmen denken, ja, die eigentlichen Informationen sind für den Besucher nicht im Vordergrund. Deshalb ist diese Seite vielleicht nicht so relevant für Besucher, die nach diesen Informationen suchen. Und das sind Sachen, die lassen sich oft nicht auf gewisse, sag ich mal, technische Details zurückführen, dass man sagt, ja, so und so viel Pixel Maximum, sondern unsere Algorithmen versuchen das ein bisschen gesamthaft anzuschauen auf diesen Seiten. Was ich da vielleicht versuchen würde, ich kenne die Website jetzt nicht, aber was ich da versuchen würde, ist mit Benutzer-Tests das Ganze ein bisschen zu überprüfen, ob das wirklich etwas ist, was stört, ob das etwas ist, was in den Weg kommt, wenn jemand nach normalen Informationen innerhalb der Website sucht, oder ob das vielleicht zwar die ganze Breite ist, aber nicht so, dass es wirklich alle Informationen abdeckt und dass Benutzer trotzdem noch einigermaßen mit der Website zurechtkommen. Und aufgrund von diesem Benutzer-Test kann man dann ein bisschen eher einordnen, ist das jetzt wirklich ein kritisches Problem, das wir dringend lösen müssen, oder ist es etwas, was einfach, ja, ist vielleicht nicht optimal, aber man könnte es verbessern. Von, da würde ich vielleicht in die Richtung hineingehen. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel in dem deutschen Webmeister-Hilfe-Forum darüber zu posten, direkt mit eurer Website, mit Suchanfragen, wo ihr Veränderungen gesehen habt, oder Suchanfragen, wo ihr das Gefühl habt, dass eure Website bei weitem die relevanteste sein würde zu diesem Thema, damit andere das auch mal anschauen können und euch ein bisschen objektiven Feedback geben über das Layout, wie ihr die Seite gestaltet, wie ihr insgesamt das vom SEO her angeht. Bei einem Online-Shop, den ich betreue, wird in den Suchergebnissen an kurzen Titel die Domain angehangen. Soweit, so gut. Jedoch wird die Domain mit einem weiteren String is for sale ergänzt. Der angezeigte Titel in den Suchergebnissen sieht dann so aus. Produktbezeichnung, Firmennamen, domain.com is for sale. Ja, ich müsste dazu wahrscheinlich die konkreten URLs mal sehen und die Suchanfragen, damit ich das genauer anschauen kann. Mit dem Screenshot, das du gezeigt hast, ist ja nur, glaube ich, ein Domain-Platzhalter dabei. Das ist schwierig zu sagen. Normalerweise kommt so etwas von den eigentlichen Inhalten der Websites. Und gerade, wenn man jetzt einen neuen Domain übernimmt, der vorher, sag ich mal, geparkt war, das heißt, einfach mit zum Verkaufen-Schild quasi platziert war im Internet, kann es sein, dass unsere Algorithmen denken, ja, zu diesem Domain gehört dieser allgemeine Domain-Titel. Und das sind Sachen, die lernen unsere Algorithmen im Laufe der Zeit relativ schnell. Wenn das jetzt eine Sache ist, die schon länger bei euch so hängt, dann würde ich das vielleicht wirklich mir mal konkret angeben. Dann kann ich das direkt mit dem Team anschauen, ob da irgendetwas klemmt. Aber normalerweise ist das schon etwas, was wir einfach mit unseren Algorithmen im Zusammenhang mit eurer Website gesehen haben. Meistens versuchen wir natürlich, den eigentlichen Firmennamen zu erkennen und zeigen das dann. Aber wenn wir wirklich sehen, dass für eine längere Zeit und dieser Text ähnlich wie euer Firmennamen quasi platziert war auf der Website, dann lernen wir das erst einmal und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis wir das Neue entsprechend lernen. Wir planen ein Relaunch. Kann man mit einer Sitemap mit allen neuen Weiterleitungen den Crawl-Prozess beschleunigen, im Gegensatz dazu, dass der Googlebot alleine alle neuen URLs finden muss. Ja, kann man machen. Das heißt, bei einem Relaunch ist es natürlich am optimalsten, wenn man möglichst die alten URLs beibehalten kann. Dann müssen wir da nicht viel neu dazulernen von wegen, wie die einzelnen Seiten miteinander verknüpft sind. Wenn man eine URL-Veränderung macht, dann würde ich auf jeden Fall eben die Weiterleitungen einrichten. Dann würde ich auch konkret die alten und die neuen URLs entsprechend irgendwo mal aufzeichnen, damit ihr das habt. Und dann würde ich auch eine Sitemap-Datei erstellen mit den alten URLs, sowie eine Sitemap-Datei mit den neuen URLs. Der Ziel der Sitemap-Datei mit den alten URLs ist effektiv das, was ihr da beschrieben habt, dass Google merkt, dass diese URLs sich verändert haben, dass wir die dann crawlen und dass wir dann diese Weiterleitungen ein bisschen schneller finden, als wenn wir natürlicherweise crawlen müssten. Was auf jeden Fall aber trotzdem passiert, egal ob man das jetzt mit der Sitemap-Datei macht oder nicht, ist, wenn unsere Systeme erkennen können, dass eine größere Veränderung auf der Website stattgefunden hat, dann versuchen wir, die Website ein bisschen schneller neu zu crawlen. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht eine Sitemap-Datei mit den alten URLs insgesamt erstellen kann, versuchen wir, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, sobald wir erkennen können, dass da eine größere Veränderung stattgefunden hat. Das heißt, es ist nicht so, dass man, sag ich mal, den aktuellen Zustand anschauen muss und merkt, ja, in einem halben Jahr crawlt Google unsere ganze Website durch, deswegen wird ein Relaunch ein halbes Jahr mindestens gehen, sondern sobald wir erkennen können, dass eine größere Veränderung da war, dann versuchen wir, den Rest ein bisschen schneller durchzugehen. Das heißt, dass es nicht quasi die natürliche Dauer hätte, wie es sonst bräuchte, bis wir alle URLs neu angeschaut haben. Entschuldige, Jan? Ja. Ganz kurz. Ja. Würdest du dann empfehlen, die alte Sitemap und die neue Sitemap, wenn wir die hochladen, sollte das dann vom Dateinamen her auch irgendwie gekennzeichnet sein, meine ich haben alte URLs und neue URLs, oder? Nein, muss man nicht. Ich würde einfach, das Wichtige an der Sitemap-Datei ist, dass man das Änderungsdatum der einzelnen Seiten dabei hat und dann kann man ja auch angeben, dass die alten Seiten sich jetzt verändert haben und dass wir die dann ein bisschen schneller crawlen würden. Dateiname und Struktur der Sitemap-Datei ist uns total egal. Das landet bei uns alles in einem Topf, quasi alle Sitemap-URLs und dann nehmen wir da die Sachen raus. Wenn man das separat, in einer separaten Sitemap-Datei hat, dann ist es einfach ein bisschen einfacher, dass man sagt, nach einem oder zwei Monaten, ich lösche die Sitemap-Datei mit den alten URLs, weil die ist ja jetzt nicht mehr relevant. Alles klar, danke. Zu Sitemaps hätte ich noch eine Nachfrage, John. Okay. Und zwar nutzen wir ein Last-Mod-Datum und geben nur das Datum an der letzten Modifikation. Es ist empfohlen, dass man dieses spezielle Format, dieses, weiß ich, mit dem Z und den Zeitstempel hinten noch anhängt. Ist es okay, wenn man einfach das Datum benutzt oder nutzt ihr wirklich einen Zeit-Zeit-Stempel, also dass man auch noch die Stunde und Minute und Sekunde ranhängt? Die Uhrzeit ist, glaube ich, weniger kritisch, aber es ist wichtig, dass das Format von dem Datum richtig ist. Ich glaube, dass das Datum mit, ich weiß jetzt nicht, welcher Standard, aber es ist so, dass man bei dem ja mehr Informationen angeben kann oder weniger Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt nur den Tag habe, dann ist es auch okay. Dann kann man das korrekt so angeben. Wichtig ist einfach, dass das Format korrekt ist. Nicht, dass man dann Monat und Tag vertauscht hat oder dass man mit dem Punkt statt mit dem Strich arbeitet. Es muss einfach korrekt sein und dann mit, oder ohne, ist egal. Würdet ihr solche Fehler in der Search-Konsole anzeigen, wenn ihr Probleme mit der Sitemap habt? Weiß ich jetzt gar nicht. Früher würden wir das anzeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im neuen Search-Konsole auch so ist. Kann man ja schnell ausprobieren. Einfach eine Sitemap-Datei mit einem total falschen Datum mal machen und gucken, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nicht mehr darstellen, einfach weil in den meisten Fällen werden die Sitemap-Dateien ja automatisch von CMS erstellt und da funktioniert wenig schief. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Alles klar. Danke. Super. Und die vielleicht noch zur Sitemap-Datei kurz noch. Die anderen Felder wie Priorität und Änderungsfrequenz, die sind aus unserer Sicht irrelevant. Das heißt, die müsst ihr nicht angeben. Es schadet auch nicht, wenn man die angibt. Einige CMSs füllen das automatisch aus, aber wir haben einfach festgestellt im Laufe der Zeit, dass das Änderungsdatum ist das, was für uns kritisch ist. Die Priorität und die Änderungsfrequenz sind ja Sachen, die sehen wir ja dann indirekt sowieso. Okay. Dann ein paar Fragen zu Google News in Frankreich. Als Schweizer Publisher, der in Frankreich auch Traffic generiert, sollten wir uns als European Press Publication in Search Console eintragen. Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht, wie das genau definiert ist. Ich vermute, das ist auch gar nicht hundertprozentig definiert, wie man sich da quasi markieren soll oder nicht. Es sind ja auch dann manchmal die Fragen quasi, wir sind tätig in Europa oder wir haben Sitz in Europa oder unsere Entwickler sind in Europa oder unsere Schriftsteller sind in Europa und das sind ja alles Varianten, die unter Umständen dazu hindeuten würden, dass man das, diese Einstellung nimmt oder halt auch nicht. Deswegen haben wir uns beschlossen, dass wir diese Einstellung in Search Console euch an und für sich freilassen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ein europäischer Presse Publisher, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Name ist, dass ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Website da hineinpasst, dann könnt ihr diese Einstellung vornehmen und dann ist das an und für sich aus unserer Sicht okay, wir übernehmen das, so wie ihr das einstellt. Auch wenn ihr jetzt sagt, wir wollen nicht so eingestuft werden, dann könnt ihr das machen. Das ist an und für sich eure Entscheidung. Was dann passiert, ist eben das, was da noch angesprochen wird, ist die Snippets, die Vorschau-Texte. Wenn sie von einer solchen Website in Frankreich gezeigt werden, werden sie standardmäßig, glaube ich, nur der Titel und die URL dargestellt, es sei denn, man gibt explizit Informationen an, wie viel vom Text-Snippet oder vom Bild, von der Vorschau, vom Video-Preview gezeigt werden soll. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ihr als europäischer Presse-Publisher angeschaut werdet und explizit auf euren Seiten bekannt gibt, so und so viel Text darf dargestellt werden im Snippet, dann zeigen wir bis zu dieser Länge entsprechend an. Die Meta-Tags kann jede Website verwenden und die gelten allgemein für die Suchergebnisse. Das heißt, auch wenn ihr jetzt nicht so eingestuft seid, dann könnt ihr diese Meta-Tags verwenden und dann werden sie zum Beispiel auch in der Schweiz oder in Amerika entsprechend so verwendet. Im Moment ist es wirklich effektiv nur so, dass die European Press Publications, wenn sie in Frankreich dargestellt werden, dann ist einfach der Standard Vorgabe, so dass Titel und URL gezeigt wird und in anderen Orten werden da die normalen Vorschau-Texte gezeigt, eben es sei denn, man gibt explizit weiteren Erlaubnis auch an. Und wie ihr das machen sollt, ist wirklich euch überlassen. Ich kann euch da nicht groß beraten und sagen, das ist meine Empfehlung oder so viele Buchstaben würde ich da jetzt nehmen, das ist effektiv euch überlassen. Ihr könnt da selber entscheiden, was bei euch die Grenzen sind, wie viel ihr dargestellt haben wollt oder nicht. Wäre es besser, für das Ranking eine DE-Domain zu nutzen, anstatt unseren .com- .de unter Verzeichnis. Wir stecken wirklich viel Arbeit in unsere Tests, Fotos, Videos und Berichte. Werden aber häufig von relativ einfachen Seiten verdrängt. Die Domain haben wir vor etwa zwei Jahren von einem Reseller gekauft. Gibt es dort eventuell Altlasten? Vielen Dank. Im Grunde genommen ist es so, dass für Geo-Targeting, wenn man ein Unterverzeichnis, zum Beispiel Strich DE für Deutschland einstellt, dann wird das als deutsche Webseite angesehen, genauso wie ein Geo-Targeting-Domain.de. Das heißt, wenn ihr gezielt Deutschland per Geo-Targeting ansteuern wollt, dann könnt ihr das auf beide Varianten machen. Aus unserer Sicht ist das beides okay. Wenn ihr kein Geo-Targeting macht, wenn ihr zum Beispiel einfach nur deutsche Inhalte veröffentlicht, die für andere deutschsprachige Länder auch gelten, dann müsst ihr sowieso kein Geo-Targeting machen, dann passiert das eigentlich alles automatisch, dann ist das auch vollkommen okay. Welche Variante besser ist, ein eigener Domain oder ein Unterverzeichnis oder ein Subdomain? Wir versuchen das so zu machen, dass das an und für sich eure Entscheidung ist und nicht etwas ist, was wir da vorgeben würden, weil manchmal gibt es einfach Policy-Gründe, dass man sagt, ich möchte mit einem eigenen Domain arbeiten oder es gibt technische Gründe, dass man sagt, ich möchte mit einem Unterverzeichnis oder mit einem Subdomain arbeiten, das ist an und für sich euch überlassen. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist, wenn man einen länderspezifischen Domain hat und dann ein anderes Land als Geo-Targeting einstellen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Domain mit DE habe, dann kann ich für dieses Domain nicht einstellen, ich möchte jetzt die Schweiz als Geo-Targeting verwenden oder dass ich ein Unterverzeichnis für die Schweiz habe und dass ich das mit Geo-Targeting ansteuern möchte, das würde nicht gehen, aber mit einem generischen Top-Level-Domain kann man das beliebig machen oder wenn man ein länderspezifisches Domain hat, dann ist es automatisch einfach auf das Land entsprechend ausgerichtet. Ich habe den Domain-Namen von dir auch kurz hier angeschaut und aus meiner Sicht sehe ich da eigentlich nichts Spezielles, was da irgendwie klemmen würde oder was euch da zurückhalten würde. Ich denke, das ist eher einfach eine Frage von eurer Website insgesamt, wie sie halt im Web halt interagiert. Unser Kunde hat eine internationale Corporate Website, allerdings nur in Englisch. Eine Keyword-Analyse hat nun ergeben, dass einige französische und deutsche Keywords ein hohes Suchvolumen haben. Welche Alternativ hätte der Kunden, wenn er nicht die gesamte Homepage übersetzen will? Macht es Sinn, nur einzelne Seiten oder einzelne Themen Cluster zu übersetzen? Bekommen die einzelnen übersetzten Seiten denn dann überhaupt LinkJuice? Wie würdest du da empfehlen? Im Grunde genommen ist es so, dass wir die Sprache pro Seite anschauen, das heißt pro einzelne HTML-Seite, nicht der Website und von dem her könnt ihr problemlos sagen, ich mache jetzt fünf Seiten auf Deutsch und fünf Seiten auf Französisch und habe noch 100 Seiten, die auf Englisch sind, das ist total an und für sich euch überlassen. Was man machen kann, wenn man die Inhalte übersetzt, das heißt, wenn man ein Stück Inhalt nimmt und das auf Deutsch übersetzt und zur Verfügung stellt, kann man mit hreflang arbeiten, um diese beiden Seiten zu verknüpfen. In vielen Fällen muss man das nicht speziell machen, weil wenn jemand nach den deutschen Begriffen sucht, dann ist ja das automatisch die Seite, die am relevantesten ist, innerhalb der Website. Wichtig ist, ein bisschen, wie du da angesprochen hast, mit dem Link Juice, also mit dem PageRank, ist einfach, dass es intern innerhalb der Website irgendwie verlinkt ist, sodass wir wirklich die Website crawlen können, erkennen können, da sind jetzt vielleicht mal 120 Seiten, davon sind 100 auf Englisch und 20 auf Deutsch, wir können die nun mal crawlen, wir können den PageRank innerhalb der Website nun mal weiterverteilen, oft macht man das ja so, dass man, wenn man jetzt einzelne Sprachvarianten von einer Seite hat, dass man einfach einen Link hat, quasi siehe diesen Inhalt auf Deutsch, oder siehe diesen Inhalt auf Französisch, und dass man so die einzelnen Sprachvarianten verlinkt, und so ist das ja dann automatisch eigentlich relativ gut verlinkt intern. Bezüglich einzelnen Seiten oder Themencluster, das ist eher euch überlassen, es ist ja dann auch immer die Frage, was ist quasi der nächste Schritt, wenn der Benutzer euch gefunden hat, über die Suche, weil eine Seite jetzt besonders gut war, was ist für euch das Wichtigste, was dann als nächstes passiert, meistens ist es ja so, dass irgendeine Art von Conversion stattfinden sollte, dass vielleicht irgendwas gekauft wird, oder der Benutzer sich für irgendetwas anmeldet und dann muss man natürlich diesen Pfad auch entsprechend frei haben, sodass die Übersetzungen dafür irgendwie verfügbar sind, das heißt, wenn ein Benutzer jetzt auf Französisch zu euch kommt, dann möchtet ihr, irgendetwas verkauft wird, oder dass er zu einer Karte kommt mit den lokalen Standorten, oder was auch immer, und dann müssten diese Varianten natürlich auch auf Französisch verfügbar sein, das ist weniger eine Frage vom SEO, sondern einfach vom grundsätzlichen Überlegen, wie kommen Benutzer zu euch, was wollen sie dort erreichen, was wollt ihr erreichen, und wie könnt ihr sie entsprechend weiterführen, dass sie den richtigen Weg finden. John, ich habe noch eine Frage zu Links, und zwar wir erstellen ganz viele Fotos und eigene Videos, aber vornehmlich die Fotos werden halt von Spam Seiten benutzt. Wenn ich mir in der Search Konsole das angucke, die Backlinks, dann sind dort 85 oder sogar 90 Prozent aller Backlinks sind Spam und das meiste davon kann ich mir nicht mal angucken, weil dann natürlich ein internal 500 Error kommt oder so, weil ich wahrscheinlich nicht den Google Bot Referrer habe oder was auch immer. Ich habe einfach die Befürchtung, dass es dort einfach unsere Webseite dann dementsprechend eingestufen wird, weil wir so unfassbar viel Spam Backlinks haben, dass unsere richtigen Backlinks gar nicht richtig eingeschätzt werden vom Algorithmus eventuell und wir da dann ein Ranking Problem bekommen. Normalerweise ist das kein Problem, weil wir haben natürlich all solche Spam Links schon sehr oft gesehen und das sind Sachen, die unsere Algorithmen relativ gut ausfiltern können. Ich denke, das Verwirrende ist einfach, dass es in Search Console trotzdem dargestellt wird, weil wir in Search Console einfach einen Ausschnitt aus den Gesamtlinks von der Website zeigen wollen. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt die relevantesten Links sind oder dass es Links sind, um die ihr euch kümmern müsst. Was ich da einfach überlegen würde, ist, wenn es einzelne Domains gibt, die aus eurer Sicht problematisch sind, wo ihr das Gefühl habt, damit möchte ich wirklich nicht in Verbindung gebracht werden, dann würde ich die Domains in die Disavowed Datei nehmen, aber wenn das nur, sag ich mal, ich weiß nicht, billiger Spam ist, der zusammen kopiert wurde mit einem Script und wo sie einfach ein klein bisschen Traffic erhoffen, dann würde ich mir gar keine Gedanken machen, dann würde ich die einfach sein lassen. Okay, die Seiten kann man sich halt teilweise gar nicht angucken, also wir wissen nicht, was dann da angeht, was der Google Bot dann dort sieht, zum Beispiel. Ja, du kannst, glaube ich, über den Mobile Friendly Test, hast ja auch den Google Bot Refer, oder den Google Bot User Agent, und da kannst du das, in vielen Fällen kann man das trotzdem anschauen, aber ich würde sagen, im gerade solche Links kannst du einfach ignorieren, die machen euch nichts, die existieren einfach, das sind Scripts, die irgendjemand mal aufgestellt hat, vielleicht laufen lässt, und erhofft, da, ich weiß nicht, zehn Besucher im Monat mal vorbeikommen, und das ist dann auf zig verschiedenen Domains, aber das, da würde ich mir echt keine Gedanken machen. Okay. Okay, dann, schauen wir mal weiter, im Januar hast du in einem Tweet geschrieben, dass man den Index, No Index Status von Seiten nicht zu oft ändern sollte, wir haben auf unserer Website Kategorien Seiten, wofür bis vor kurzem keine Produkte vorhanden waren, aber heute neue Produkte im Angebot sind, dies kann sich manchmal täglich ändern, wie würdest du in diesem Fall vorgehen, die Seiten immer auf Index lassen, unabhängig davon, ob Produkte vorhanden sind oder nicht, Seiten ohne Produkte auf No Index stellen und sobald Produkte wieder vorhanden sind, sie wieder indexieren lassen. Gute Frage. Ich würde mal sagen, dass es da keine allgemeingültige Antwort gibt, das ist ein bisschen schwierig zu handhaben, weil, was effektiv passiert, wenn wir Seiten sehen, die auf No Index gestellt sind, dann merken wir uns das nach einer gewissen Zeit und sagen, gut, die sind auf No Index, die müssen wir nicht so häufig crawlen. Und das ist dann einfach das, wo dann die Frage dann irgendwie hingeht. Das heißt, wenn sie längerfristig auf No Index sind, dann crawlen wir sie weniger häufig, dann sehen wir diese Veränderung von No Index auf Index weniger schnell. Das heißt, wenn ihr einigermaßen sicher sein könnt, dass die Seiten nachher wieder indexiert werden, dann würde ich sie eher auf Index lassen. Wenn ihr sicher seid, dass die Seiten wirklich nie oder längerfristig jetzt nicht neue Inhalte haben, dann ist No Index auch okay. Und wenn ihr einfach nicht sicher seid, dann muss ich das euch überlassen, ob ihr die auf Index stellt oder auf No Index nehmt. Aber das sind sage ich mal so die allgemeinen Überlegungen. Und es ist wirklich einfach die Frage von wie schnell wir die Seiten dann neu crawlen, weil wenn Seiten längerfristig auf No Index sind, dann wollen wir euren Server damit ja nicht belästigen und sagen, wir fragen jedes Mal neu ab, was jetzt der Zustand ist von dieser Seite. Wie steht es um die Markup Element, Site Navigation Element und Image Object Lohnt es sich diese auszuzeichnen oder sind sie irrelevant? Site Navigation Element weiß ich gar nicht was das ist, ob das irgendwie so Structured Data Art ist. Image Object insgesamt macht in vielen Fällen schon ein bisschen Sinn, gerade wenn man an der Bildersuche interessiert ist. Dann kann man natürlich ein bisschen mehr Informationen über die einzelnen Bilder entsprechend so angeben. Man kann aber auf verschiedene Varianten Informationen über die Bilder angeben. Das heißt, über den Alt-Text, über den Dateinamen, über den Text rund um die Bilder und auch natürlich über die Art und Weise, wie die Bilder in der Seite integriert sind, kann man ja mehr oder weniger Informationen angeben über diese einzelnen Bilder. Das heißt, wenn man an der Bildersuche interessiert ist, wenn man das Gefühl hat, dass Benutzer über die Bildersuche zu euch kommen und dann entsprechend bei euch das machen, was ihr gerne haben möchtet, dass sie da halt ein Conversion machen, dann würde ich mir überlegen, welche Bilder da Sinn machen für euch und die dann entsprechend richtig gemäß unseren Tipps entsprechend auch zu markieren, dass man da auch mit dem Structured Data die richtigen Informationen angebt, dass sie richtig sauber eingebunden werden in den Seiten, dass die sehr auch wirklich präsent sind auf den Seiten, wenn die aufgerufen werden, einfach damit wir klar erkennen können, das ist ein Bild, das passt zu dieser Seite und das passt zu diesen Inhaltsblöcken und dann können wir das auch in der Bildersuche ein bisschen besser darstellen. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Und zwar gibt es in der Search-Konsole ja diese Bildersuche, wo man erkennen kann, wie viele Klicks über die Bildersuche kommen und über die Websuche. Jetzt haben wir auch Bilder in der Websuche, also es gibt drei Bilder, manchmal in der Vorschau auch in der Websuche. Wenn jetzt ein Bild von uns angezeigt wird und einer draufklickt auf das Bild, gilt das dann als Websuchen Klick oder als Bildersuchen Klick? Das gilt als Websuche Klick. Okay. Ja. Das gilt auch für die Impressions und die Position gilt das entsprechend auch in der Websuche. Das heißt, je nachdem kann das ein bisschen verwehrend sein, wenn zum Beispiel eure Webseite auf Seite zwei oder drei ist, aber eins von euren Bildern auf der ersten Seite bei den Bildern dabei ist in der Websuche, dann zählen wir das trotzdem als Position eins oder zwei oder je nachdem, wo das Bild positioniert ist. Der Klick gilt entsprechend auch für die Websuche. Ok, alles klar. Ich glaube, ähnlich ist es auch mit den Videos. Ich glaube, man kann auch in Search Console die Videosuche separat anschauen und da ist es auch so, dass wenn wir das Video in der Websuche normal zeigen, dann gilt das für die Websuche. Wenn das wirklich nur in der Videosuche gesucht wurde und gezeigt wurde, dann gilt das dort. Wenn ich drei Links im Footer habe, Link A, B, C, möchte aber, dass Google die Seite nicht indexiert. Reicht es dazu, ein Rel No Follow zu geben oder muss ich die entsprechende Seite per Robots No Index einbauen? Ja, an und wenn die Seite nicht indexiert sein soll, dann muss man mit dem No Index arbeiten. Der Rel No Follow ist für uns natürlich ein Zeichen, dass wir da kein Page Rank weitergeben sollen auf diese Seite B in diesem Fall, aber es ist nicht ein Zeichen, dass wir die gar nie anschauen sollen. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir dann trotzdem die Seite B anschauen würden und dass wir die vielleicht auch indexieren würden, selbst wenn wir dann nicht direkt Page weitergeben würden durch diesen Rel No Follow Link. Das heißt, wenn es nicht indexiert werden soll, wirklich auch ganz klar uns das sagen und nicht einfach hoffen, dass wir die dann nicht finden. Ähnlich ist es mit anderen privaten Inhalten, wenn man etwas Privates online stellt auf der Webseite, dann würde ich nicht hoffen, dass Google das einfach nicht findet, sondern wirklich ganz klar mit No Index arbeiten oder das vielleicht noch besser mit dem Passwort entsprechend auch schützen, dass es gar nicht indexiert werden kann, weil manchmal finden wir Links zu Seiten auf ganz wilde Arten, manche dieser Tracking Extensions, die es für Browsers gibt, die dann irgendwie relevanten Seiten zusammenstellen, die verlinken dann auf Seiten, die andere Benutzer besucht haben und dann auf einmal ist irgendwo ein Link im Internet zu dieser Seite, die ihr eigentlich nicht indexiert haben wolltet und dann finden wir diesen Link, finden diese Seite und indexieren die Inhalte, sofern wir nicht ganz klare Zeichen von euch haben, dass das Inhalte sind, die nicht indexiert werden sollten. Mir sind zwei Sachen aufgefallen in Online-Shops auf der Homepage. Amazon.de hat ca. 250 ausgehende Links. Andere große E-Commerce Sites haben weit über 700 ausgehende Links auf ihrer Homepage. Ist es richtig, dass Link Juice durch 250 Links mehr Power auf die einzelnen Seiten überträgt als Link Juice durch 700 oder ist das irrelevant? Gut, ich sage mal PageRank statt Link Juice, aber grundsätzlich ist das schon so, dass diese Signale werden natürlich weitergegeben an die verlinkten Seiten und wenn das auf weniger Seiten verteilt werden muss, dann gibt es entsprechend ein bisschen mehr Signale auf diese weniger Seiten. Ich denke Amazon ist natürlich eine relativ große Website, von dem her ist es nicht so, dass sie dann gar keine Links auf die anderen Seiten haben, sondern diese Links sind wahrscheinlich einfach auf verschiedenen anderen Arten da vorhanden und so können wir gerade gerade jetzt wenn man als kleinere Website anfängt nicht unbedingt Amazon oder irgendeine große Website oder Google oder YouTube oder was auch immer als Vorbild nehmen und denken die machen das schon richtig ich kann ihr System kopieren und dann funktioniert es bei mir auch richtig gerade bei größeren Firmen bei größeren Websites gibt es oft Sachen die sind einfach super optimal und die wurden so mal implementiert weil irgendjemand einigermaßen für sie vielleicht ist es aber nicht optimal und auf jeden Fall gerade wenn ihr anfängt mit einer neueren Website ihr seid ja noch nicht Amazon das kommt vielleicht noch aber im Moment seid ihr das nicht das heißt ihr habt einfach nicht die diese Geschichte die dahinter steckt und die ganzen anderen Einbindungen vom Internet her die Links all die anderen Signale die jetzt eine größere Firma die schon länger vorhanden ist auf dem Web all die Sachen habt ihr natürlich noch nicht und von dem her ist es wichtig dass ihr eine Strategie findet die für euch funktioniert und nicht einfach eine nimmt die für andere vielleicht funktioniert oder zumindest nicht katastrophal ist und bezüglich der Anzahl Links auf einer Seite ist es schon so dass wir den Page Rank entsprechend auf diese Links verteilen und dass wir dann so entsprechend den Rest der Website crawlen aber es ist natürlich immer trotzdem eine Frage davon wie ihr das anschauen wollt es kann ja sein dass ihr vielleicht 100 Sachen habt die sehr wichtig sind und andere Sachen die weniger wichtig sind dann könnt ihr das vielleicht so einteilen es kann aber auch genauso gut sein dass ihr sagt gut wir haben 500 Sachen und die sind alle gleich euch wichtig und dann dass ihr die alle direkt auf der Homepage so verlinkt das ist an und für sich euch überlassen ob ihr da sag ich mal eher sag ich mal einen steilen Turm baut mit Links die von oben nach unten geht oder ob ihr das eher breit gefächert macht sodass die Seiten eher miteinander quer verlinkt sind das kann man auf verschiedene Arten machen was ich einfach machen würde ist überlegen wie ihr das längerfristig gestalten wollt das heißt nicht einfach ein System nehmen was jetzt für euch einigermassen funktioniert sondern auch wirklich überlegen wie würde das aussehen in ein oder zwei Jahren müssen wir da grundlegend unsere Website neu überdenken wenn wir da weiter wachsen oder können wir weiter wachsen ohne dass wir alles neu umstellen müssen weil wenn ihr die Gesamt Website Struktur umstellen müsst dann ist es ein größerer Eingriff in die Website und dann wird das zumindest für ein paar Monate auch größere Schwankungen in der Suche geben das heißt so weit wie möglich würde ich versuchen dass ihr eine Struktur nehmt die ihr längerfristig verwenden könnt sodass ihr dann nicht auf einmal alles umstellen müsst nur damit ihr jetzt diesen paar neuen Produkten auch irgendwie integrieren könnt ähm dann der zweite Teil Online Shops tendieren dazu die Anzahl ihrer indexierten Seiten aufzublasen indem sie Seiten indexieren lassen zum Beispiel mit Sneaker Marke gleich Nike oder Sneaker Marke gleich Adidas somit kann durchaus der Such Intent genauer getroffen werden Nutzer suchen nach dieser Sneaker Marke erhöht aber auch insgesamt die Anzahl an Seiten wie bewertest du dieses Vorgehen ähm ja ich denke du hast da auch die beiden Varianten schon mal angesprochen einerseits macht es natürlich Sinn dass man weniger Seiten hat damit die einzelnen Seiten mehr Wert haben insgesamt innerhalb von eurer Website andererseits möchtet ihr vielleicht auch gewisse Benutzer Bedürfnisse gezielter abdecken so dass wenn jemand gezielt nach dieser Marke sucht da etwas gezielt ist bei euch auch vorhanden ist und diese Balance zu finden die ist manchmal nicht sehr einfach da muss man sich auch wirklich überlegen wie man das am besten gestaltet und manchmal macht das sogar Sinn dass man sagt gut für einzelne Produkte nehmen wir alles eher zusammen und für andere Produkte teilen wir das auch wirklich sauber auf weil wir erkennen können dass jemand gezielt nach dieser Variante besucht wenn Benutzer zu euch kommen und zum Beispiel Sneaker in eurem Ort oder in eurem Land entsprechend suchen und auf eure Website kommen dann ist vielleicht die Marke dieser Sneaker irrelevant wenn jemand zu euch kommt und sagt ich möchte jetzt goldene Adidas Turnschuhe für ich weiß nicht spezielle Sportart wenn da genug Leute so direkt suchen dann macht es vielleicht auch Sinn dass man sagt gut für diese ganz spezielle Variante möchte ich eine eigene Landingpage haben weil das wirklich etwas eindeutiges ist wonach gesucht wird und da haben wir vielleicht auch Erfahrung oder da haben wir die speziellen Produkte die sonst niemand hat und diese Balance zwischen sehr speziell und sehr eher allgemein das ist manchmal ein bisschen schwierig zu finden und ich denke jeder der schon länger einen Online-Shop hat der hat da die Erfahrungen auch gemacht dass man da vielleicht eher in die Richtung ein bisschen stark geht und dann wieder ein bisschen in die andere Richtung und irgendwo muss man da seine Balance finden und ich vermute das verändert sich auch im Laufe der Zeit wenn man dann wirklich merkt das das ist etwas spezielles das möchte ich jetzt speziell hervorheben und die anderen Sachen möchte ich eher ein bisschen wieder zusammenpacken und das kann sich ja verändern wir haben im URL Removal Tool in Search Console gerade 10 URLs entdeckt die als Removed und Outdated Cache Removal klassifiziert werden wir sind uns keiner manuellen Aktion in der UI des Tools bewusst gibt es da von euch eine andere Erklärung warum die URLs in den Listing im Removal Tool auftauchen zeigt ihr da eventuell Ergebnisse von internen Aktionen ein oder sind die URLs zwangsläufig durch das Removal Tool auf die Liste genommen die Sachen die da aufgelistet werden sind effektiv URLs die über das URL Removal Tool eingereicht worden sind allerdings gibt es da zwei Varianten wie man da hinkommen kann einerseits über Search Console wenn man die Website verifiziert hat dann kann natürlich jeder verifizierte Besitzer kann URLs dort einreichen und sagen das möchte ich gelöscht haben oder da möchte ich den Cache aktualisiert haben das sind Sachen die nehmen wir direkt so auf und denken ja gut du bist verifizierter Besitzer von der Website du kannst uns sagen wie du das haben möchtest dann nehmen wir das direkt so an das können natürlich verschiedene Leute können ja Besitzer sein der Website das heißt es kann sein dass ein Benutzer das gemacht hat und der andere sieht das und weiß nicht warum das ist eine Variante das andere ist auch es gibt ein öffentliches Removal Tool wo man nicht der Besitzer sein muss und da ist es so dass jeder an und für sich URLs dort einreichen kann für damit sie auch entfernt werden in der Suche oder damit der Cache aktualisiert wird und bei diesen URLs überprüfen wir das erstmal automatisch ob das effektiv der Fall diese URL soll entfernt werden dann warten wir erstmal eine Weile und kontrollieren dann ein paar Mal diese URL ob sie effektiv auch entfernt wurde von der Website ob sie per Robots Text blockiert ist ob sie No Index hat ob sie 404 zurückgibt all diese Standardsachen und wenn das der Fall ist dann entfernen wir die ein bisschen schneller als wenn wir sie einfach neu crawlen würden und das wäre bei euch dann auch sichtbar in Removal Tool ähnlich ist es mit dem Cache Update da kann an und für sich jeder kommen und sagen auf dieser Seite war einmal dieser Inhalt der wird im Moment noch in den Suchergebnissen dargestellt bitte aktualisiert das und dann würden wir das auch aufnehmen und entsprechend verarbeiten entsprechend aus den Suchergebnissen herausholen oder aktualisieren und euch auch in Search Console zeigen In Search Console als Besitzer könnt ihr solche Sachen die eingereicht wurden und quasi überprüft wurden könnt ihr auch cancel das heißt ihr könnt da effektiv sagen das stimmt nicht oder das möchte ich rückgängig gemacht haben und dann nehmen wir das entsprechend auch wieder zurück normalerweise ist es allerdings so dass die Sachen die von externen Benutzern eingereicht wurden die wurden ja sowieso schon überprüft wo wir gesehen haben ja die Seite gibt es effektiv nicht mehr deswegen haben wir sie raus genommen meistens macht das Sinn oder sehe ich das wenn wenn eine Website entweder Nachrichten über andere Firmen oder andere Leute veröffentlicht und Nachrichten werden im Laufe der Zeit aktualisiert dann könnte natürlich die betroffene Person kommen und sagen ja ich möchte dass das aktualisiert werden in Suchergebnissen die andere Variante ist wenn man User Generated Content dabei hat wo jemand sagt ja ich habe jetzt irgendwie einen Kommentar auf dieser Seite hinterlassen ich habe den Kommentar wieder gelöscht ich möchte dass Google das auch in der Suche entsprechend berücksichtigt Sachen die aus unserer Seite entfernt werden sind dann eher in den manuellen Maßnahmen dabei das heißt das sind ja dann eher Web Spam Sachen die so eingereicht wurden und die sind dann im Entfernungstool nicht separat aufgelistet John dazu eine Frage im zweiten Fall wenn tatsächlich von extern angefordert wird dass Content entfernt wird da wird man normalerweise als Webmaster über die Search Konsole per Nachricht informiert oder? Ich glaube nicht bei solchen Entfernungssachen nicht weil unter Umständen sind es ja viele Seiten und wenn wir das eh schon algorithmisch feststellen können dass diese Seite effektiv blockiert ist oder entfernt wurde dann ist es ja eigentlich der Zustand der sich längerfristig eh einpendeln würde einfach ein bisschen schneller Ok dann danke ich dir Super Ich hatte vor 18 Jahren begonnen viele Reiseberichte auf meiner Website zu veröffentlichen nachdem die Seite vor einigen Jahren abgestürzt ist habe ich daran fast nichts mehr gemacht und der Content wurde älter und älter Nun habe ich die alten Berichte alle entfernt und damit begonnen wieder komplett neu mit neuen Reiseberichten zu starten da diese Domain auch noch einige alte Links hat siehst du da Probleme die vielleicht aus negativen Signalen kommen könnten zum Beispiel von den alten Links oder eine sonstige Vorbelastung der Domain würdest du an meiner Stelle die Reiseberichte eher auf auf einer frischen Domain veröffentlichen oder macht es mehr Sinn die bestehende zu verwenden ich habe die deine Website mal kurz angeschaut bei uns und sehe da eigentlich nichts was da irgendwie klemmen würde außer natürlich die die Seiten die du jetzt alle entfernt hast weil die sind jetzt nicht mehr sichtbar in den Suchergebnissen aber ansonsten kann man die normal verwenden und wenn das wenn ihr andere Inhalte dort aufnehmen möchtet als das was vorher da war das an für sich dir überlassen wie du mit den alten Reiseberichten umgehen möchtest das ist dir natürlich auch überlassen normalerweise würde ich empfehlen dass wenn man jetzt Inhalte mal erstellt hat mit mit Bildern wie ich mir so Reiseberichte vorstelle wenn man die selbst geschrieben hat dann würde ich die eher irgendwo belassen im Internet ich denke das sind interessante Seiten die vielleicht nicht wahnsinnig viel Traffic erzeugen jeweils aber die trotzdem einigermaßen interessant sein könnten für ein kleineres Publikum das heißt ich würde da nicht einfach alles löschen nur weil weil der Webseite nicht wahnsinnig gut geht sondern wirklich einfach überlegen sind das Inhalte die an und für sich okay sind oder sind das Inhalte zu denen ich gar nicht mehr stehen kann weil vielleicht habe ich da irgendetwas wäre es zusammengeschrieben das eigentlich doch nicht so interessant ist und wenn das Sachen sind die du beibehalten möchtest dann würde ich die weiterhin auf der Webseite lassen wenn du die verschieben möchtest würde ich da mit einer Weiterleitung arbeiten dass man die entweder in einem Archiv verschiebt oder auf einen anderen Domain verschiebt wie du möchtest bezüglich den externen Links die zu dieser Webseite führen das ist natürlich dir überlassen wie du damit arbeiten möchtest wenn das Links sind die zu speziellen Seiten waren innerhalb der Webseite und diese einzelnen Seiten jetzt nicht mehr existieren das heißt 404 zurückgeben dann wäre es so dass wir diese Links fallen lassen würden das heißt das würde ich vielleicht mal anschauen überlegen welche Seiten macht es Sinn dass ich die beibehalte weil da haben vielleicht sehr viele Leute schon irgendwie hingewiesen und gesagt das sind eigentlich gute Inhalte dort und dass man die Seiten dann eher vielleicht beibehält oder wenn du sagst ich möchte wirklich jetzt frisch anfangen mit diesem Domain dann muss man sich damit eigentlich nicht groß auseinandersetzen unterscheidet sich deutsches von internationalen SEO aufgrund der Datenschutz Bedingungen eigentlich nicht also aus unserer Sicht ist es nicht so also zumindest meines Wissens ist es nicht so dass wir spezielle Algorithmen hätten die besonders bezüglich Datenschutz Bestimmungen anders arbeiten würden für Deutschland oder für Europa im Allgemein im Vergleich zu anderen Ländern sondern wir versuchen die Seiten so zu indexieren wie sie kommen und manchmal sind da halt spezielle Sachen vorhanden und manchmal sind da nicht die Sachen nicht vorhanden aber es ist nicht so dass wir Deutschland irgendwie ausgliedern würden und sagen würden für deutsche Websites müssen andere Bedingungen erfüllt werden sind mehrere H1 jetzt sinnvoll oder nicht im Video sagt ihr dass man die verarbeiten aber mehr nicht das heißt auch nicht dass in Ordnung ist ja meine Güte das mit dem H1 Video habe ich habe ich nicht erwartet dass das so kontrovers wird was was wir einfach manchmal sehen ist dass Websites mit H1 arbeiten als ob das irgendein Zaubermittel ist und dann versuchen möglichst viele Keywords hinein zu stopfen oder den ganzen Text der Seite in einem H1 einpacken und das macht natürlich nicht wahnsinnig viel Sinn sondern es hilft uns effektiv wenn wir saubere Headings erkennen können auf der Webseite wenn wir klar erkennen können das ist jetzt ein Hauptüberschrift von diesem Teil und da sind dann Texte dabei und Bilder dabei dann können wir wirklich klar erkennen das ist eine saubere Überschrift dass dieser Text passt entsprechend dazu das können wir dann auch fürs Ranking entsprechend verwenden es ist aber nicht so dass wenn ihr jetzt sag ich mal ein H1 und dann H3 und H2 und irgendwie vermischt habt das ist nicht ein kritischer Fehler es ist auch nicht ein kritischer Fehler wenn ihr keine H1 Headings habt auf den Seiten es hilft uns ein bisschen und wenn ihr kleine Sachen machen könnt die uns helfen und wenn es euch daran liegt dass eure Seite möglichst gut erkannt wird dann aber es ist wie gesagt eben kein Zaubermittel dass man sagen muss das müsst ihr machen sonst wird eure Seite nie gefunden sondern wir arbeiten mit dem Internet wie es halt kommt zeitlich sind wir ziemlich am Ende ich weiß nicht ob ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt die ich vielleicht noch kurz beantworten kann bevor wir da einpacken ich hätte noch eine Frage wie viele Webseiten haben eigentlich also ihr schaut euch ja echt viele Webseiten noch an als Google wie viele Webseiten haben eigentlich Relevanz Probleme also praktisch dass für ein Keyword es zehntausende von Seiten gibt oder sagen wir mal einfach 200 Seiten oder so ist das ein extremes Problem wenn ihr euch das Internet so anschaut schwierig zu sagen weil wir finden natürlich Websites zu fast jedem Thema und dann was wir einfach machen ist dass wir aufgrund von der Suchanfrage versuchen wir die Seiten erstmal zu finden die einigermaßen Inhalte zu diesem Thema haben und dann versuchen wir ein Ranking zu machen innerhalb diesen Seiten und wenn wir eh Seiten zu diesem Thema haben dann ist ja eigentlich schon etwas vorhanden dann ist es nicht so dass wir sagen würden es gibt nur schlechte Seiten zu diesem Thema von dem her ist es schwierig zu sagen wie viele Seiten Relevanz Probleme haben was was wir auch einfach feststellen ist dass es weiterhin so ist dass wir ich weiss nicht 10% oder 20% der Suchanfragen jeden Tag sind vollkommen neu die wir noch nie gesehen haben und da ist es natürlich immer so dass wenn die Suchanfragen total neu sind dann kann es sein dass wir auf einmal neue Seiten suchen und manchmal ist es dann so dass wir neue Suchanfragen haben zu einem Thema wo vielleicht diese Seiten noch gar nicht indexiert worden und das ist dann vielleicht eher etwas wo wir sagen würden gut wir haben keine Ergebnisse die wir zeigen können wir sehen aber dass viele da nach jetzt auf einmal gesucht haben aber normalerweise pendelt sich das auch automatisch ein dass wenn viele Leute nach einem neuen Thema suchen dann suchen sie ja weil sie irgendwo Informationen gesehen haben und dann kommt der nächste und stellt dann entsprechende Informationen im Internet dazu dann auch ein Ich hätte zwei Fragen also die erste Frage ist zu meiner Frage ich weiß nicht ob du beantwortet hast ich war kurz nicht dabei ich muss mal weg gehen das war mit Link 1 Link 2 Link 3 Link A Link B Link C Okay die zweite Frage ist das Mikrofon was du benutzt kannst du mir sagen was das für ein Modell ist weil ich suche gerade sowas in der Richtung Oh Gott ähm ich weiß es nicht ich muss es abschauen vom Klang her auch sehr gut ist Okay danke es ist irgendwie so ein Standardmodell nichts wahnsinnig spezielles fällt die Marke jetzt gerade nicht ein ich kann dir ich kann dir mal eine E-Mail schreiben dazu und du kannst mir das E-Mail beantworten Okay Super danke weil ich bin gerade am Suchen nach sowas weil ich habe ein Mikrofon hier aber mir wäre doch geholfen wenn ich so ein Mikrofon hätte zum ach so noch eine andere Frage weil du meine Frage beantwortest ich mache ein Video ich wollte ein Video zu real machen in meinem YouTube Kanal über SEO und auch über den No Index und so Sachen No Follow darf ich mir den Teil wo du meine Frage beantwortest rausschneiden wenn man ein Video mit ein Reinerbeuten als Zitat quasi Super Kein Problem Okay Ja kurze Frage noch von mir betreffend Google News dort werden ja oder mittlerweile werden ja die Icons angezeigt also die Faffikons von den Seiten wenn man sich aber die Google News zum Teil anschaut die oberen aktuellen News dann werden teilweise die Icons gar nicht angezeigt kommt das in Zukunft noch Keine Ahnung weiß ich nicht also einerseits weiß ich von Google News nicht wahnsinnig viel andererseits ist es meistens so dass wir solche Sachen einfach testen und wenn wir sehen dass sie funktionieren dann machen wir das und da ist es schwierig im Voraus zu sagen wir werden das irgendwann in Zukunft machen wenn wir das noch gar nicht ausgetestet haben ok ok dann machen wir ok ja der Krummbrowser unterstützt ja mittlerweile die Klasse Lazy Load für Bilder und auch für iFrames versteht der Google Bot das auch schon ja ja oh Gott wer ist das ja für Bilder ist ja sowieso kein Problem weil wenn wir das nicht verstehen würden sehen wir ja trotzdem diesen Image Tag ist ja trotzdem dabei äh für iFrames ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu erkennen was was wird mit diesem iFrame Inhalt gemacht äh wir versuchen wenn möglich den iFrame Inhalt schon mit der Seite zu indexieren es kann aber auch sein dass wenn ein Link auf diesen iFrame Inhalt irgendwo besteht dass wir den iFrame Inhalt separat indexieren aber da ist es weniger eine Frage vom Lazy Loading sondern einfach allgemein iFrames ist ist ein bisschen sag ich mal ein bisschen unklar was genau passiert und die Berechnung des Page Speeds wird das damit berücksichtigt also dass man sagt okay dieses iFrame meine Frage bezieht sich vor allen Dingen auf YouTube weil wenn man YouTube Videos einbettet das dauert halt immer mindestens anderthalb Sekunden ähm und man zieht dadurch natürlich seine gesamte Page Speed runter auch wenn das Video halt unten irgendwann erst in einem Artikel oder so auftauchen würde läuft das rein bei euch als Page Speed ähm ich würde vermuten ja äh einfach weil wir gerade für die also einer es gibt ja zwei Varianten die wir Page Speed bestimmen einerseits äh quasi mit diesen statischen theoretischen Tests die wir machen äh wo wir das Rendering der Seite anschauen andererseits über die Benutzerdaten die über den äh Crux-Daten kommen über Chrome und äh die Daten die über Chrome kommen kommen natürlich von Benutzern und wenn Benutzer das das sehen wenn dieses Lazy Loading dort äh verwendet wird und die Seite schneller macht deswegen dann ist er sowieso dabei und bei den ganzen Testing Tools ist es so dass wir äh versuchen da möglichst auch mit den neueren Chrome Versionen zu arbeiten das heißt mit dem sogenannten Evergreen Chrome und äh sobald das im normalen Chrome unterstützt wird dann wird das auch für die Testing Tools unterstützt manchmal ist da einfach ein bisschen eine Zeitdifferenz von dann wenn es effektiv verfügbar ist und dann wann es in unseren Tools ist aber das ist sollte eigentlich nicht länger sag ich mal ein Monat oder zwei gehen und ich glaube das mit dem Lazy Loading das ist ja weiß nicht na gut ist jetzt auch erst ein paar Monate her das ist glaube ich im 74 oder 75 gelandet wir sind jetzt wenn ich mich nicht täusche auf 77 im Evergreen Chrome also im Google Bot und demnächst 78 also es wird schon eine Zeit lang unterstützt Juhu super okay gut geraten okay gut ähm dann machen wir vielleicht hier mal Pause dann kann ich noch ein paar andere Sachen heute noch erledigen vielen Dank fürs Kommen vielen Dank für die vielen Fragen vielen Dank fürs Vorbeischauen Martin auch äh und dann stelle ich noch die nächsten Hangouts ein und dann sehen wir vielleicht einen von dem nächsten Mal äh im Dezember vielleicht im Voraus sage ich schon mal haben wir ja auch die Webmaster Conference in Zürich ähm Martin organisiert da einen großen Teil und wenn ihr da in Person mal vielleicht vorbeikommt das war natürlich auch toll äh ich glaube die Registrierung ist allerdings schon voll oder? ja ja vielleicht mache ich noch mal ein paar Plätze auf aber wir sind jetzt schon recht heftig überbucht okay aber optimalerweise wird nächstes Jahr ähm wird nächstes Jahr noch ein paar kleinere Events geben auch in Deutschland und dann habt man noch mal eine Chance super cool okay dann wünsche ich euch allen schon mal einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal danke gleichfalls dankeschön tschö tschö tschö